Ich bin Stammkunde bei der Bäckerei Bauer, weil es da einfach nett ist, weil die Leute freundlich sind, weil der Kaffee gut ist und weil rundherum einfach alles stimmt. 20 leckere Eissorten werden in der Konditorei Bauer nach italienischen Rezepten mit Liebe und Sorgfalt hergestellt. Aus reiner Bio-Bauernmilch vom Kniegut in Mühlbach am Hochkönig. Das selbstgemachte Eis gibt es in allen Bauerfilialen, entweder in Tütenform oder in herrlichen Eisbechern. Egal in welcher Form, eine wahrhaft köstliche Versuchung für die Sinne.